Gefangenschaft Dubé fand keinen Schlaf. Alles tat ihr weh, doch war ihr, als sei ihr ein klein wenig von der Last auf ihrem Herzen abgenommen worden. Endlich hatte sie eine Entscheidung getroffen. Die Erkenntnis war ganz plötzlich gekommen, geboren aus Verzweiflung und Schmerz. Fast zehn Jahre lang hatte sie sich treiben lassen, ohne irgendetwas für sich zu erwarten, ohne auch nur zu versuchen, den scheinbar unaufhaltsamen Fluss der Ereignisse zu stoppen. Aber wie hätte sie sich auch wehren sollen? Es wäre aussichtslos gewesen. Und so hatte wohl alles seine Richtigkeit gehabt. Aber war es auch richtig, sich jetzt von der Bestie verschlingen zu lassen? War es richtig, dass ihr Leben mit diesem wahnsinnigen Opferritual für Tena zu Ende ging? Und was war mit der aufgetauchten Welt? Was war mit den Hoffnungen ihrer vielen tausend Bewohner? Nein, sie hatte die Gilde für immer verlassen und würde nie mehr dorthin zurückkehren. Sie würde fliehen, ganz egal, wie schwierig das würde, und die für die aufgetauchte Welt so entscheidende Missionen allein fortführen. Warum sich damit abfinden, dass alles aus war? Nur weil die Chancen so schlecht standen. In dem Augenblick, als sie Lunärin zum letzten Mal sah, hatte er ihr nicht nur seinen Hass hinterlassen. Nein, er hatte sogar gelächelt. In der Gewissheit, dass sie nicht aufgeben, sondern auch für ihn weiterkämpfen würde. Und das würde sie tun. Sie musste es tun. Endlich hatte sie ein echtes Ziel. Für einen Fluchtversuch fühlte sich Dubé noch viel zu schwach. Das musste sie wohl einige Tage aufschieben. In dem Trank, den Regler angerührt hatte, war mit Sicherheit ein Beruhigungsmittel, das die Wächterin einsetzte, um ihre Gefangene im Zaum zu halten. Dubé überlegte, dass sie es, wenn sie fliehen wollte, unbedingt schaffen musste, einen klaren Kopf zu behalten. Außerdem durfte sie nicht vergessen, auch einige Ampulen-Gegengift für die Bestie mitgehen zu lassen. Wieder verbrachte sie eine schlaflose Nacht. Sie fühlte sich erschöpft. Aber es war notwendig, sich ein genaues Bild der Situation zu machen. Immer wenn der Schlaf sie überkommen wollte, drehte sie sich ein wenig auf die verwundete Seite. Kein gutes Heilmittel. Doch der Schmerz verhinderte, dass sie einschlief. Den Schlaf ihrer beiden Feinde beobachtend fiel ihr auf, dass Phyllas Atem nach ein paar Stunden tiefer wurde, während Regler in regelmäßigen Abständen aufwachte und sich prüfend umschaute. Dabei schien sie nicht vollkommen wach zu sein, worauf Dubé allerdings nicht hätte schwören wollen. Doch nicht das leiseste Geräusch entging ihr und klang ein Rauschen nur ein wenig anders als zuvor, fuhr ihre Hand unverzüglich zum Dolch und ihre Augen weiteten sich. Von ihrer Tasche trennte sie sich nie, hielt sie immer am Körper, den Riemen fest in eine Hand. Irgendwann sah Dubé, dass Regler wach wurde und aufstand. Sie zuckte zusammen und schloss rasch die Augen, um nicht entdeckt zu werden. Die Schultern von Zuckungen befallen, kramte Regler hektisch in ihre Wandertasche. Plötzlich wirkte sie eingefallen und gealtert. Auch ihr Gesicht sah anders aus. Im Mondlicht erkannte Dubé, dass ihre Haut runzelig war, von Falten durchzogen. Da fiel ihr ein, wie Tov, der Assassine, den ihr Jeschol bei ihrem ersten Auftrag für die Gilde als Bewacher mitgegeben hatte, damals gesagt hatte, ich habe sie ja nur von Weitem gesehen, aber sie ging gebeugt und ihre Haut wirkte um viele Jahre gealtert, so, als sei sie plötzlich so alt geworden, wie sie tatsächlich ist. Regler benutzte einen speziellen Trank, der sie jung hielt. nahm sie den nicht regelmäßig ein, alterte sie sofort. Und dies war nun wohl geschehen. Dubé öffnete die Augen und sah genauer hin. Dabei fürchtete sie nicht, entdeckt zu werden, denn Regler wirkte zu beschäftigt, um auf ihre Gefangene zu achten. Schon holte sie ein Fläschchen aus der Wandertasche hervor. Dubé versuchte, sich die Form dieses Fläschchens genau einzuprägen, denn die Farbe war undefinierbar. Regler führte die Ampulle an die Lippen und trank, indem sie den Kopf zurücknahm. Noch einmal durchlief eine Zuckung ihren Körper, dann richtete ihr Rücken sich auf, ihre Stirn glättete sich. In aller Ruhe legte sie sich wieder nieder und schloss die Augen. Ein Lächeln huschte über Dubés Gesicht. Diese Nacht hatte sie weitergebracht. Im Morgengrauen versetzte ihr Regler den üblichen Tritt. Dubé tat so, als wache sie davon auf und blickte der Frau ruhig, ohne aufzustöhnen, ins Gesicht. Dieser Blick wirkte offenbar so herausfordernd, dass Regler zur Strafe gleich noch einmal zutrat. »Lasst nur, ich kümmere mich um sie«, hielt Filler sie zurück, indem er eine Hand auf ihre Schulter legte. Unwirsch schüttelte sie die Hand ab. »Fass mich nicht an!« »Verzeiht, verzeiht mir!« »Doch ihr müsst euch beruhigen!« Es lag etwas Fürsorgliches in Fillas Bemühungen, während Regler zwar gereizt, aber auch wie auf etwas Altvertrautes reagierte. Es wirkte eingespielt, so als hätten sie schon häufig zusammengearbeitet. »Sie will mich provozieren«, »schnaubte Regler. »Doch wenn ich ihr erst einmal meinen Dolch ins Herz stoße, wird sie mich anders anschauen.« Sie spuckte aus und entfernte sich. Filler wartete einige Augenblicke und half Dubé dann, sich aufzusetzen. »Warum legst du es auch darauf an, ihren Zorn zu entfachen?« flüsterte er. Dubé wusste nicht, was sie antworten sollte. Es war seltsam, wie dieser Mann sich verhielt, so überbesorgt um das Wohl seiner Herrin. Er blickte Dubé an, zögerte einen Moment und fragte dann, »Vielleicht willst du dich waschen? Hier in der Nähe ist ein Bach.« Dubé war verblüfft, während Regler, die mitgehört hatte, sogleich lospolterte. »Bist du wahnsinnig geworden?« »Man sollte ihre Wunde auswaschen, sonst entzündet sie sich vielleicht.« Villas Stimme zitterte. Er schien Angst zu haben. »Du lässt dich von dem Mädchen einwickeln,« zischte Regler. »Sie muss noch atmen, wenn wir nach Hause kommen, mehr aber auch nicht.« »Aber so schafft sie vielleicht auch dies nicht.« Erregt wie ein Tier im Käfig begann Regler auf und ab zu wandern. Filla hatte ja recht, aber andererseits widerstrebte es ihr, Dubés Qualen auch nur ein wenig zu lindern. Doch sie hatte wohl keine andere Wahl und so nickte sie schließlich. Filla half Dubé aufzustehen und fasste sie dabei ziemlich unsanft an, wie um zu zeigen, dass ihn kein Mitleid bewegte. Dubé war klar, dass Regler nach einem Weg suchen würde, sich zu rächen. Es wäre wohl ratsam, sie überlegte sie, den Trank am Abend zu verweigern. Als sie endlich stand, wurde sie sofort von einem heftigen Schwindel erfasst. »Stütz dich auf mich,« forderte Filla sie auf. Es war schon eigenartig, einen solch aufmerksamen Assassinen zu erleben. In der Gilde interessierte man sich üblicherweise nicht für den anderen. Nach wenigen Schritten erblickte Dubé bereits nicht weit entfernt einen Bach mit klarem Wasser. »Los, beeil dich,« sagte Filla. »Ich habe dich nur hierher geführt, damit sie sich beruhigen kann. Sollte sie dir etwas antun, bevor wir unseren Tempel erreichen, würde sie es später bitter bereuen.« »Nun war alles klar,« dachte Dubé. Lange Zeit hatte sie sich gefragt, wieso Jeschul dieses Paar zusammengestellt hatte, das zunächst so unharmonisch wirkte. Jetzt wusste sie es. Filla verehrte Regler und wachte gewissermaßen über sie, indem er, wenn nötig, deren Eifer und Grausamkeit zügelte. Als Dubé sich zum Wasser niederbeugte, wäre sie fast nach vorne gefallen. Immer noch fühlte sie sich furchtbar schwach, was eine Flucht sicher nicht einfacher machte. Als sie den Kopf hob und ihr Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, erkannte sie sich kaum wieder. Ihr Gesicht war übersät mit Blutergüssen und die rechte Seite geschwollen. Sie tauchte den Kopf ganz unter und genoss das Gefühl, wie ihre Haut unter dem kalten Wasser prickelte. Am liebsten wäre sie ganz eingetaucht, spürte ein starkes Bedürfnis danach, aber es ging nicht, weil sie jetzt von hinten an den Haaren gepackt und hochgezogen wurde. Bist du verrückt geworden? Willst du dich umbringen? Dubé wandte den Blick ab. Filla half ihr, die Wunde auszuwaschen, wechselte dann ihren Verband und strich die Salbe darauf, die Regler hergestellt hatte. Mach dir keine falschen Hoffnungen, sagte er und schaute sie ernst an. Ich sorge nur dafür, dass meine Herrin ihre Rache im Kreis unserer Glaubensbrüder genießen kann. Deshalb brauche ich dich lebend. Dubé fiel auf, dass die Schale mit der Salbe darin aus Glas war. Eine Gelegenheit, die sie sich nicht entgehen lassen durfte. Als Filla mit der Behandlung fertig war, stieß sie mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung gegen die Schale, die dem Mann aus den Händen glitt und am Boden zerbarst. Rasch legte sie die Hand darauf. Man hörte einen Knacken, aber sie ließ sich nichts anmerken. Filla seufzte. Halb so wild, ich war ja schon fertig. Er half ihr auf und Dubé führte eine Hand zur Tasche mit einer Glasscherbe darin. Wieder bei Regler kam Dubé nicht umhin, den Trank einzunehmen. Anders als erhofft, gelang es ihr nicht, sich dagegen zu wehren. Bald machte sich ein bitterer Geschmack in ihrem Mund breit, ein Zeichen, dass Regler etwas Neues hinzugetan hatte. Obwohl Dubé beim Trinken ein wenig verschütten konnte, reichte die Menge, die ihr die Kehle hinunter ran, dennoch aus, um sie wieder den ganzen Tag zu benebeln und ihr dann auch noch eine höllische Nacht zu bescheren. Bevor Regler sich selbst niederlegte, saß sie noch eine Weile neben ihre Gefangenen und weidete sich daran, wie sie vor Schmerzen stöhnte. Dubé beschloss, sich noch einen Tag Zeit zu geben. Aber länger würde sie es sicher nicht mehr aushalten. Am nächsten Morgen verabreichte ihr Fila wieder etwas von dem Trank. Seine Hand war weit weniger fest als die von Regler und seine Lust, sie leiden zu lassen, sehr viel geringer. Erneut gab sich Dubé schwächer und benommener, als sie es eigentlich war. Beim Trinken verschüttete sie wieder einen Teil der Flüssigkeit und den Rest konnte sie ausspucken, als Fila sich von ihr entfernte, um Regler das Fläschchen zurückzugeben. Nun hatte sie wirklich nur wenig von dem Mittel im Leib, die passende Gelegenheit, um einen Fluchtversuch zu wagen. Sie beschloss, es noch am selben Abend zu wagen, sobald es dunkel würde. Nur noch ein Tag, sagte sie sich. Nur noch einer. Nachdem sie wieder den ganzen Tag marschiert waren, schlugen sie etwas später als gewohnt ihr Lager auf. Hin und wieder verschwand der Mond hinter den Wolken. Als Dubé hörte, dass Regler und Fila festschliefen, holte sie die Glasscherbe hervor und begann, an den Stricken, an Knöcheln und Handgelenken zu sägen. Auch hierin war Scherwa ihr ein hervorragender Lehrer gewesen. Es dauerte eine Weile, doch schließlich gelang es ihr, sich zu befreien. So leise wie möglich stand sie auf. Sofort wurde ihr schwindelig und sie musste sich an einem Baum abstützen. Nur mühsam konnte sie sich auf den Beinen halten, aber sie gewöhnte sich daran. Und obwohl sie sich bei Weitem noch nicht auf der Höhe fühlte, hatte sie das Gefühl, es schaffen zu können. Rasch hob sie ein paar Steine auf und schlich sich dann an Regler und Fila heran. Langsam. Ganz langsam. Es dauerte seine Zeit, doch irgendwann blickte sie Regler direkt in das schlafende Gesicht mit dem halb geöffneten Mund und den mädchenhaft geröteten Wangen. Als sie sich niederbeugte, säuselte das Gras unter ihren Knien und Regler blinzelte leicht. Ihre Tasche lag an den Körper gepresst zwischen ihren Armen, sodass Dubé sie ihr unmöglich hätte entwinden können. Aber hineingreifen, das ging. Ein Fläschchen nach dem anderen holte sie hervor und ersetzte jedes durch einen Stein. Es dauerte eine Ewigkeit und längst stand Dubé der Schweiß auf der Stirn. Ihre Bewegungen mussten fließend sein, präzise, sanft. Mit mittlerweile schmerzenden Armen fuhr Dubé unverdrossen fort, bis sie der Tasche alles entnommen hatte, was sie benötigte. Dann schlich sie davon. Als sie sich ein Stück entfernt hatte, stieß sie einen Seufzer der Erleichterung aus und warf dann noch einmal einen Blick auf alles, was sie erbeutet hatte. Zwei Fläschchen mit dem Gegengift gegen den Fluch, nicht gerade viel, sowie drei Ampullen, die wie jene aussahen, aus der Regla in der einen Nacht getrunken hatte. Um diese kümmerte sie sich als erstes, entkorkte sie und goss den Inhalt ins Gras. Auch wenn sie Regla nicht töten konnte, so konnte sie sie doch in den Tod treiben, indem sie ihr die Last ihres wahren Alters aufbürdete. Dann war da noch der Dolch, ihr eigener, den ihr der Meister hinterlassen hatte. Den hatte sie sich zurückgeholt, steckte ihn jetzt in den Gürtel und als sie spürte, wie sich das Leder spannte, gab ihr das neue Kraft. Schließlich wandte sie sich den erbeuteten Kräutern zu. Sie kannte sie alle und eines davon war jetzt wie für sie gemacht. Schade, dass keine Gifte darunter waren, offenbar hatte Regla geglaubt, sie nicht zu benötigen. Dobie brauchte nicht lange, um alles zuzubereiten, wobei sie eine der entleerten Ampullen verwendete. Als sie hörte, wie sich Regla mit einem Seufzer auf die andere Seite drehte, beeilte sie sich, darum bemüht, keinen Laut zu machen. Bevor sie die letzte Zutat hineingab, nahm sie eine Hand vor das Gesicht. Der wenige Dampf, der aus der Ampulle quoll, reichte schon, dass sie einen leichten Schwindel verspürte. Behutsam goss sie ein wenig von dem Gebräu ins Gras, direkt vor Fillas Mund und Nase und stellte dann die halbvolle Flasche geöffnet direkt vor Reglers Gesicht. Ganz langsam stand sie auf. Es würde eine Weile dauern, bis die Mixtur wirkte, dann aber die beiden lange genug betäuben, dass sie einen Vorsprung von einigen Meilen gewinnen konnte. Rückwärts gehend schlich sie davon. Dann, als Regla und Filla kaum noch zu sehen waren, drehte sie sich um und rannte los. Sie war frei. Der Gnom und der Knabe Ido verlor keine Zeit. Zu schlafen wurde zu einem immer drängenderen Bedürfnis und auch sein Pferd war erschöpft. Eine weitere Nacht war Ido durchgeritten, ohne sich im Mindesten zu schonen und nun verließen ihn die Kräfte. Doch die Spuren waren jetzt frisch und Ido war in der Lage zu erkennen, wenn Schritte schleppend und kurz waren. Deshalb gab er seinem Pferd nochmal die Spuren, um dadurch wacher zu werden. Er galoppierte noch nicht lange, da erkannte er plötzlich sehr frische Spuren, ein Zeichen, dass die beiden ganz in der Nähe waren. Als er vom Pferd stieg, überkam ihn das starke Gefühl, als nur, dass er jetzt sehr viel schwächer war. Er ließ das Pferd stehen und schlich sich näher heran, bis er sie im Dunkel der Nacht deutlich vor sich sah. Der Mann war wach, hatte ihm den Rücken zu gewandt und sein kahler Schädel glänzte ein wenig im matten nächtlichen Licht. Ido blickte kurz auf. Es war eine herrlich klare Nacht mit einem Meer funkelnder Sterne am Himmel. Der Junge lag am Boden, dicht bei dem Assassinen. Er schien sehr mitgenommen, doch seine Augen waren geöffnet und auf Ido gerichtet. Der legte einen Finger auf den Mund. San durfte sich nicht rühren, er selbst würde alles allein erledigen. Auf allen Vieren schlich er sich noch näher heran, während ihn der Junge aus großen Augen beobachtete. Nun war er nur noch einen Schritt entfernt und konnte den Assassinen bereits riechen. Er schien ganz ahnungslos zu sein. Doch gerade als Ido die Hand auf das Heft seines Schwertes legte, fuhr der Mann herum, den Dolch bereits in der Hand, um ihn im nächsten Augenblick in der Kehle des Angreifers zu versenken. Ido schaffte es gerade noch aufzuspringen und das Schwert zu ziehen. Eine Weile standen sie sich so gegenüber, mit den Waffen in Händen und studierten sich. Du bist schnell, bemerkte der Assassine. Wie eine Schlange sieht er aus, dachte Ido, mit dieser platten Nase und dem schmalen Mund. Du auch? Da geschah es. Der Mann schnellte vor, den Dolch auf den Oberkörper von Ido gerichtet, der sein Schwert ein wenig herunter genommen hatte. Und während er noch zur Seite sprang, spürte er schon, wie ihm die Klinge in die Hüfte fuhr. Der Schmerz war so heftig, dass sich alle Muskeln verkrampften. Verdammt! Halt durch, Alter! Dann nahm er das Schwert noch einmal in beide Hände und schaffte es mit enormer Anstrengung, den Schmerz zu verdrängen, um mit aller Gewalt zuzuschlagen. Diesmal traf er und spürte, wie die Klinge in das Fleisch seines Widersachers eindrang. Der Assassine stöhnte kurz auf, krümmte sich und der Dolch fiel ihm aus der Hand. Vielleicht schaffe ich es doch, dachte Ido. Plötzlich merkte er aber, dass der andere ihn angrinste. Dann eine blitzschnelle Drehung und schon war er wieder neben Ido, stieß ihn zu Boden und sprang ihm mit dem Knie voran ins Kreuz. Ein entsetzlicher Schmerz durchfuhr die Brust des Gnomen. Wehrlos lag Ido da. Der Erschöpfung und dem Alter erlegen. Welch idiotischer Tod, schon legten sich die Hände des Assassinen um Idos Hals und drückten zu. Seine Arme zitterten leicht, ein Zeichen, dass der Gnom ihn doch schwerer verwundet hatte. Doch was nützte es? Ido konnte sich nicht mehr wehren, sich nicht einmal mehr winden, um irgendwie freizukommen. Da merkte er plötzlich, dass sich der tödliche Griff lockerte und gleich darauf hörte er einen dumpfen Schlag. Das war doch nicht möglich. Sein Hals war frei und keuchend versuchte er zu Atem zu kommen. Geht's? Eine jungen Stimme. Ein verschmutztes Gesicht mit glänzenden Augen trat in sein Blickfeld. San! San hatte den Assassinen niedergeschlagen. Jetzt stand er über ihn gebeugt da, zitterte und sein Gesicht war blass, seine Mine erschüttert. Ruhig, ruhig, murmelte Edo vielleicht vor allem zu sich selbst. Ich habe ihn erwischt, aber ich weiß nicht, ob er tot ist. Edo konnte sich nicht vergewissern, nahm aber an, dass der Mann nur bewusstlos war. Sie mussten sich also beeilen, weil der Assassine wohl bald wieder zu sich kommen würde. Hilf mir! Und der Junge ergriff Idos Arme und half ihm auf. Dabei spürte der Gnom, wie sich seine Wunde dehnte, doch noch schlimmer waren die Schmerzen im Brustkorb. Vielleicht hatte ihm der Assassine eine Rippe gebrochen. Zieh deinen Wams aus und reiß einen langen Stoffstreifen ab. Du musst mich verbinden, um die Blutung zu stoppen. Sam schluchzte, schien kurz davor, in Panik zu geraten. Dennoch führte er genau aus, was der Junge seine Wunde versorgte. Im Gegenteil. Er hielt sich nicht damit auf, nach dem Grund zu fragen und auch nicht, wie Sam sich von seinen Fesseln befreien konnte. Sie mussten auf das Pferd, die Zeit drängte. Sam hatte seine Sache gut gemacht, der Verband war fest, doch das Aufsteigen war dennoch entsetzlich. Immer wieder schwanden Ido die Sinne. Schließlich schaffte er es, aber er würde wohl nicht mehr lange bei Bewusstsein bleiben. Setz dich hinter mich und nimm die Zügel in die Hand. Der Junge verstand nicht, stieg aber auf. Folge dem roten Stern dort am Horizont, dort ist Westen, dort liegt das Land des Feuers. Wenn es hell wird, wirst du den Tal einen großen Vulkan erblicken. Reite immer weiter auf ihn zu und Tränen aus und schluchzte. Ich kann das nicht allein. Du musst, San, es geht nicht anders. Reite los, forderte Ido ihn mit schwacher Stimme auf. Das Pferd rührte sich nicht. San war wie gelähmt. Du schaffst das. Was soll so schwer daran sein, einem roten Stern zu folgen? Morgen wächst du mich auf und dann nehme ich die Zügel in die Hand. Aber rufen wir es nicht. Der Junge blickte ihn einen Moment schweigend an und nickte dann. Wohin reiten wir eigentlich? Wir reiten zu einem Versteck, wo uns keiner findet. Dort versuche ich wieder zu Kräften zu kommen. Und auch du musst dich erholen. Wenn man dich so ansieht, er zögerte einen Moment. War das ein Faustschlag? Ja. Als ich mit diesem Mann allein war, habe ich alles versucht, um mich zu befreien, aber er hat mich bewusstlos geschlagen und einen Zahn habe ich auch verloren. Ido wusste nicht, was er sagen sollte. Wie oft schon war er in Situationen gewesen, jemanden trösten zu müssen. Junge Ehefrauen, Mütter, Söhne, Freunde, Waffenkameraden. Aber er war nie gut darin gewesen. Angesichts großen Schmerzes fühlte er sich einfach unfähig. Das bekommen wir schon wieder hin. Etwas Banaleres hätte er nicht sagen können, aber er war eben müde und hatte starke Schmerzen. Jedenfalls reiten wir zu den unterirdischen Kanälen. Zu den Kanälen? Wo Nihal damals auch war? Sahn schien plötzlich neugierig geworden. Auch aus seinem Munde klang dieser Name Nihal genauso, wie wenn andere ihn aussprachen. Es war der Name einer Heldin, einer Legende, nichts anderes. Ja, genau die. Sahn lehnte den Kopf zurück gegen Idos Schulter. Seine Wangen waren jetzt feucht. Dass ich mal dorthin kommen würde, hätte ich nie geglaubt. Papa hat mir oft davon erzählt. Erneut schwieg er und Ido merkte, wie ihm die Worte über die Lippen kamen, ohne dass er es eigentlich wollte. Glaub mir, Sahn, ich habe alles versucht, um ihn zu retten, aber es war nichts mehr zu machen, ich kam zu spät. Der Junge richtete sich auf. Aber du hast ihn noch gesehen? Ja. Ich war bei ihm, bis er starb. Und Mama? Deine Mutter war schon tot, als ich kam. Sahn legte wieder den Kopf auf Idos Schulter, vergrub das Gesicht im Stoff seines Wamses und begann heftig zu schluchzen. Ido hätte ihn gern getröstet, ihn umarmt, ihm versichert, wie gut er seinen Schmerz verstehen konnte. Aber es ging nicht. Nicht jetzt. Dort draußen waren sie noch zu ungeschützt. Zunächst musste er sie in Sicherheit bringen. So legte er ihm nur eine Hand auf die Schulter und drückte sie fest. Auch ihm selbst war zum Heulen zumute. Eine einsame Wanderung So schnell sie konnte, rannte Dubé in den dichten Wald hinein. Die Wirkung des Schlafmittels, das sie zubereitet hatte, würde bis zum Morgengrauen anhalten und in dieser Zeit musste sie versuchen, einen möglichst großen Vorsprung gegenüber ihren Verfolgern herauszuholen. Drei Tage lang zog Dubé weiter, ohne genau zu wissen, ob die Richtung stimmte. Sie rastete kaum, bis auf wenige Stunden in der Nacht, in denen sie aber auch wachsam blieb und die Hand nicht vom Dolch nahm. Dabei versuchte sie, dem Lauf der Sonne hoch über ihr zu folgen, sah vor Berg der Baumkronen hindurch auf den Waldboden warfen. Sie musste sich in westliche Richtung halten, im Westen lagen die Berge und sie verließ den Flusslauf, als sie zum ersten Mal deren Umrisse am Horizont vor sich erkannte. Mit jedem Tag jedoch schwanden ihre Hoffnungen, wusste sie doch immer weniger, wo sie sich überhaupt befand. War es Schicksal, dass ihre Pläne nie aufgingen, ihre Wünsche sich Warum verlassen mich die Menschen, die ich liebe? Wo ist der Meister? Wo ist Lonerin? Zwei weitere nicht enden wollende Tage lang suchte sie den Eingang zu den Schluchten. Kreuz und quer wanderte sie, untersuchte jeden Einschnitt, jede Höhle. Sie war verzweifelt. Zum ersten Mal in ihrem Leben versuchte sie etwas wirklich Wichtiges Großes zustande zu bringen. Doch je mehr Zeit verging, desto klarer wurde ihr, dass sie der Aufgabe wohl nicht gewachsen war. Umso mehr jubelte sie, als sie schließlich doch zu einer hohen Felswand gelangte, die senkrecht von einem breiten Spalt durchzogen war. Und das, obwohl sie nicht wusste, ob dies nun wirklich der Eingang oder nur eine Sackgasse war. Aber sie brauchte es einfach daran zu glauben. Ohne lange zu überlegen und mit einem unpassenden Lächeln auf den Lippen zwängte sie sich hinein. Es war eine Schlucht. Aber so gewaltig wie Duby auch im Land der Felsen noch keine gesehen hatte. Die Wände zu beiden Seiten waren mindestens 100 Ellen hoch und ragten so dicht beieinander auf, dass zwei Personen sich Duby seitlich hindurch schieben, andere Male in düstere Gänge zwängen, ohne zu wissen, ob sie jemals wieder das Tageslicht sehen würde. Nur an den breitesten Stellen und bloß zur Mittagszeit konnte sie kurz die Sonne sehen. Den Rest des Tages über lag die Klamm in einem unwirklichen Dämmerlicht, in dem Duby kaum wusste, wohin sie die Füße setzen sollte. Es hatte Der Weg durch die Schlucht verzweigte sich immer wieder und die Höhlen, die sie durchquerte, verliefen niemals gerade, sondern waren volle Einschnitte und Biegungen. An den ersten Verzweigungen hatte sie noch verweilt, um sich zu orientieren und einzuprägen, wie es dort aussah, aber das war schwierig. Am Boden nur glitschige Steine und ringsum Fels und Stille. Dann kam sie auf die Idee, sich mit bestimmten Kräutern, die sie regler abgenommen hatte, sowie einem Feuereisen ganz einfache Fackeln zu basteln, um sich in den Höhlenabschnitten besser orientieren zu können. Dazu riss sie sich einen Stoffstreifen von ihrem Umhang ab, rollte ihn um einen ihrer Pfeile und zündete das Ganze an. Dabei überkam sie jedes Mal, wenn sie sich wieder in eine Höhle zwängte, das Gefühl, in den Bau der Gilde hinab zu steigen. Dann rührte sich die Bestie in ihrem Innern und fast war ihr, als könne sie Tenas Hand in ihrem Nacken spüren. An einem Tag geschah es, dass die Höhle, die sie gerade durchquerte, viel länger war, als sie erwartet hatte, sodass sie einen vollen Tag unterirdisch weiterziehen musste. An einer Verzweigung entschied sie sich für einen Gang, der sich dann als Sackgasse entpuppte. Und während sie zurückhastete, fürchtete sie schon, den Hauptdurchgang nicht mehr zu finden, von dem sie abgebogen war. In diesem Loch sah aber auch alles so verdammt gleich aus. Die Haupthalle der Höhle aber war voller prächtiger Kalkgebilde. Unzählige Stalaktiten hingen von der Decke, manche so breit wie Säulen, andere wie ein Pfeil so schmal. Einige berührten auch die Stalakmiten, die vom Boden aufragten, und diese ganze Wunderwelt glitzerte im Schein von Dubés Fackel. Es war ein magischer Ort. Der Klang des Wassers, der diese Gebilde formte, war klar und rein. Zunächst verzaubert, dann immer ratloser schaute Dubé sich um. Es war kein Ausgang zu sehen. Vielleicht an diesem Ort ohne Tageslicht, ohne Pflanzen oder Tiere, von denen sie sich hätte ernähren können. Vielleicht musste sie dort bis in alle Ewigkeit umher streifen, ohne einen Ausgang zu finden. Das ist die Geschichte meines Lebens. Die erfolglose Suche nach einem Ausweg, sagte sie sich. Und aus irgendeinem Grunde musste sie lachen. Ein nervöses, verzweifeltes Lachen, das von einer Wand zur anderen halte und vom Echo in ein Weinen verwandelt wurde. Lonerin, wo bist du? Da riss ein dumpfes Beben sie aus diesen Gedanken. Sie lauschte. Was konnte das sein? Es hörte sich an wie ein düsteres unterirdisches Brummen. Sie schaute hin und her und versuchte etwas in der Finsternis außerhalb des Lichtkegels ihre behelfsmäßigen Fackel zu erkennen. Nichts. Konnte es sein, dass Regler sie bereits eingeholt hatte? Obwohl es sich nicht nach Schritten anhörte, geriet Dubé in Panik und bewegte sich immer hektischer und tastete sich umständlich vorwärts ins Dunkel der Höhle hinein. Nicht lange, und sie bemerkte ein mattes Licht in der Ferne. Der Ausgang. Sie begann zu laufen und spürte dabei, wie der Boden unter ihren Füßen vibrierte. Gelang es ihr, aus der Schlucht hinauszufinden, gab es doch noch Hoffnung, zu Senna zu gelangen. Das Licht vor ihr wurde immer stärker und war nun schon so hell, dass Dubé die Augen schloss, in der Erwartung, bald schon das wärmende Gefühl der Sonne auf ihrer Haut zu spüren. Doch stattdessen erschauderte sie. Sie öffnete die Augen, und was sie nun sah, ließ sie staunend verharren. Ein Wasserfall, dessen klares Wasser die Felswand hinabstürzte und sich in einen kleinen See auf dem Grund der Höhle ergoss. Überall waren gigantische Kristalle, die durchscheinend gelb oder blau das Fackellicht reflektierten und wie mit unzähligen großen und kleinen Spiegeln den immensen Raum erhellten. Das Ganze war von einer beeindruckenden Schönheit, schien aber auch wieder eine Sackgasse zu sein. Sie suchte und suchte, doch nirgendwo konnte sie einen Ausgang erkennen. Dies war nun wirklich das Ende, der letzte Akt ihres Abenteuers. Hier, an diesem Ort von atemberaubender Schönheit, würde sie sterben, einsam und vergessen. Sie ließ die Fackeln zu Boden fallen, ballte die Fäuste und brach in haltloses Weinen aus. Während sie so in einer Ecke der Grotte saß und nicht mehr wusste, was sie tun sollte, überkam sie plötzlich das Verlangen, ein Bad zu nehmen. Die Finsternis unter ihr rief sie. Und so ließ sie sich einfach fallen. Sanft glitt ihr Körper ins Wasser, löste nur ein paar kleine Wellen aus und sank immer tiefer der Finsternis entgegen. Sie ruderte mit den Beinen, um noch tiefer zu gelangen, und hielt dann inne. Das Wasser war so entsetzlich kalt, dass ihr Körper erstarrte. Dubi störte es nicht. Sie fühlte sich im Einklang mit sich selbst. Und immer einladender kam ihr die Dunkelheit vor. Gleichzeitig wusste sie, dass dieser Gedanke ausreichte, um die Bestie zu wecken. Fast unbezähmbar war der Drang, Arme und Beine zu bewegen, um nicht unterzugehen. Das Aufbäumen der Bestie, die verhindern wollte, dass ihr Körper langsam dem Tod entgegensank. Mit letzter Willensanstrengung stemmte sie sich dagegen. Immer tiefer sank sie. Das Gewicht der Waffen, die sie mit sich führte, und ihrer Kleider zogen sie hinab. Da spürte sie eine Umarmung, warm und sicher, und hatte nicht den Mut, sich zu sträuben und sich ihr zu entziehen. Stattdessen gab sie sich dieser Umarmung hin, die ihr einige Augenblicke lang unglaublich vertraut vorkam. Es ist der Meister, der mich empfängt, dachte sie. Doch nun sank sie nicht mehr, sondern stieg langsam wieder auf, spürte, dass der Druck auf den Ohren abnahm und das Wasser wieder wärmer wurde. Immer höher gelangte sie, und dann war sie draußen. Ein tiefer Atemzug und sogleich füllte die Luft auf ihre Lungen. Es schmerzte, war aber auch ein schönes Gefühl. Dann merkte sie, dass sie ans Ufer gezogen wurde, und hörte gleichzeitig eine Stimme, die sie ganz unerwartet ansprach. Alles in Ordnung? Es war ein vertrauter Klang. Eine besorgte Stimme, die sie kannte, und sie zu hören ließ ihr Herz aussetzen. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Begegnungen Ein paar Mal kniff Dubbe die Augen zusammen, um sich aus der Dunkelheit zu lösen. Sie war zutiefst verwirrt. »Kannst du mir mal sagen, was du da vorhattest?« Sie schrack auf. Ja, diese Stimme hätte sie unter Tausenden wiedererkannt. Er war es. Das Wams zerrissen, wo Riklas Dolch ihn verletzt hatte. Das Gesicht vielleicht noch dünner und blasser. Die grünen Augen wach und voller Leben. »Bist du in Ordnung?« Lonerin kam näher an sie heran, um sie genauer zu betrachten, und erst jetzt warf sich ihm Dubbe an den Hals, vergaß ihre von der Eiseskälte klammen Knochen und die Angst, die sie eben noch dazu getrieben hatte, ins Wasser zu gehen. Sie konnte es nicht fassen. Lonerin lebte, war hier bei ihr. Und mit einem Mal war das Gefühl der Einsamkeit, das sie all die letzten Tage gequält hatte, völlig verschwunden. Noch nie im Leben war sie so glücklich gewesen. Langsam, murmelte er, aber sie hörte ihn gar nicht, drückte ihn nur noch fester an sich. Seine Haut roch so vertraut, und erst in diesem Moment, in dem sie noch einmal mit Genuss tief einatmete, wurde Dubbe bewusst, wie sehr sie diesen Geruch vermisst hatte. Auch Lonerin drückte sie jetzt ganz fest, fast verzweifelt, an sich. Wie sehr hatte er auf diesen Moment gehofft. Wie sehr hatte sie ihm gefehlt. Jetzt erst passte wieder alles zusammen. So sanken sie beide, überwältigt von der Erleichterung und der Freude, sich wiederzuhaben, umschlungen am felsigen Teichufer nieder. Dubbe hob den Kopf und betrachtete mit glänzenden Augen das Gesicht des Freundes. Immer noch konnte sie dieses Geschenk nicht fassen. Es war ein Wunder. Ein fantastisches Wunder. Lonerin lebte und lag jetzt in ihren Armen, so als wenn ihm gar nichts zugestoßen wäre. Jetzt blickte er ihr einen Moment tief in die Augen, kam dann ganz nahe an sie heran und küsste sie voller Hingabe. Sie erwiderte den unerwarteten Kuss und war selbst überrascht, dass sie dazu in der Lage war und mit welcher Sicherheit sie das tat. Traurig und glücklich zugleich fühlte sie sich, schwankend zwischen Vergangenheit und Gegenwart wie nie zuvor. Lonerin raunte ihr Worte ins Ohr, die sie nicht verstand, und sie doch sanft berührten. Jeden Widerstand aufgebend ließ sie sich von seiner Leidenschaft mitreißen. Es war so, wie sie es sich immer erträumt hatte, als ihr Meister noch lebte, und wie sie es sich auch später nach seinem Tod noch erhofft hatte, wenn sie die Sehnsucht nach Zärtlichkeit überkam, das Verlangen eines erblühten Mädchens, das nie hatte Kind sein dürfen. Ich liebe dich, flüsterte er. Dubé öffnete die Augen, unsicher, ob sie diese Worte richtig verstanden hatte. Im Halbdunkel der Höhle sah Lonerins Gesicht jetzt tatsächlich so wie das ihres Meisters aus. Sein Atem roch nach Meer, und Dubé fiel das Häuschen am Ozean wieder ein, wenn die Dachbalken im Sturm geächzt hatten. Lonerins Stimme war wie die Brandung, und immer mehr Erinnerungen überkamen sie. Meister Erst in diesem Augenblick fragte sie sich, ob es nicht doch falsch war, worauf sie sich einließ. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Die Verwandlung war vollzogen, und alles so, wie es hätte sein sollen. Als es geschehen war, kam ihr die Welt still und gedämpft vor. War dies nun die Liebe, die sie nie kennengelernt hatte? War es das, was geschah, wenn Mann und Frau einander so tief begegneten? Wie ein Traum kam ihr das alles vor. Ein Traum, aus dem sie nie wieder erwachen wollte. Denn sie wusste, dass die Rückkehr in die Wirklichkeit hart werden und sie beim Aufwachen Dinge erkennen würde, die ihr nicht gefallen konnten. Aber sie war jetzt nicht mehr allein. Nun gehörte sie zu jemandem. Und Lonerins so süße, tröstende Küsse waren der beste Beweis dafür. War es nicht genau das, was sie sich nach dem Tod ihres Meisters immer gewünscht hatte? Dubé setzte sich auf und strich sanft über die Verbände, die sich Lonerin selbst angelegt hatte. Einen an der Schulter, mit einigen Blutflecken, den anderen um den Unterleib herum. Was meinst du, habe ich meine Sache als Heilpriester nicht gut gemacht? Hier aber nicht, erwiderte sie und tippte neben eine Stelle, die noch nicht verheilt war. Sofort zuckte er zusammen. Was für ein Glück, das unter mir der Fluss war. Glaub mir, als Rickler auf mich zukam, geriet ich wirklich in Panik, weil ich glaubte, dass es nun um mich geschehen sei. Ich weiß nicht, wie Rickler es geschafft hatte, sich aus meinem Griff zu befreien, erzählte er weiter. Ich erinnere mich nur noch, dass sie sich an den Rand der Steilwand klammerte und ich mich an ihrem Knöchel festhielt. Dann entglitt er mir und ich bin abgestürzt. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich auf der Wasseroberfläche aufschlug. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schmerzhaft dieser Aufprall war. Einige Augenblicke war ich wohl bewusstlos. Und als ich dann wieder zu mir kam, verstand ich gar nichts mehr, sah nur das Blau des Wassers, das mich vollkommen einschloss. Vor allem wusste ich nicht mehr, wo oben und unten war. Aber irgendwie bin ich dann doch wieder aufgetaucht. Ich hatte furchtbare Schmerzen. Mit letzten Kräften habe ich mich an einen Fels geklammert, der aus dem Wasser ragte und ließ mich dann nach einer Weile ans Ufer treiben. Ich kletterte hinaus und lag nur noch erschöpft auf den Steinen, bis ich irgendwann wieder das Bewusstsein verlor. Glaub mir, ich war mit meinen Kräften völlig am Ende. Einen ganzen Tag und eine Nacht lag ich dort draußen in der Kälte im Freien. Auf meine Zauberkräfte konnte ich nicht mehr zurückgreifen, weil ich viel zu schwach war. Da war die Ambrosia meine letzte Rettung. Ich gab es auf die Wunden und versuchte, mich ein paar Tage nur zu erholen. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um dich zu suchen. Woher wusstest du eigentlich, wo ich war und dass ich überhaupt noch lebte? Lonerin blickte unwillkürlich auf ihren Oberarm, auf die Stelle, die von den hellen Farben des heimtückischen Symbols verunstaltet wurde. Dabei verspürte er einen Stich in der Brust und das unbändige Bedürfnis, sie an sich zu drücken. Durch das Siegel. Dubé betrachtete es mit fragender Miene. Wie alle Magier bin ich in der Lage, dessen Kräfte wahrzunehmen. Solche Siegel sind ja sehr viel mächtiger als irgendwelche anderen Zauber. Und es gibt Formeln, die eigens dazu entwickelt wurden, um die magischen Spuren, die sie hinterlassen, aufzuspüren. Solch eine Formel habe ich benutzt, um dich zu finden. Was ist eigentlich geschehen nach meinem Sturz in die Tiefe? fragte er. Dubé setzte sich neben ihn, schlug die Beine übereinander und begann zu erzählen, knapp und bündig, wie es ihre Art war, und doch hörte Lunärin heraus, wie sehr sie gelitten haben musste. Durch Riklas Misshandlungen, die Gefangenschaft und dann auf ihrer einsamen Wanderung ohne Hoffnung, ohne klares Ziel. Du warst fantastisch, bemerkte Lunärin, als sie fertig erzählt hatte. Ich wusste doch, dass du nicht aufgeben würdest. Sie lächelte ihn zurückhaltend an. Ach, ich bin doch nur so umhergeirrt, und du hast ja selbst gesehen, dass ich bereits aufgeben wollte. Lunärin schüttelte den Kopf. Die Richtung stimmt schon. Ich habe es mir noch mal auf der Karte angesehen. Ja, ich spüre es. Es ist gar nicht mehr so weit. Sie lächelte wieder, wenig überzeugt, und er nahm sie in den Arm und küsste sie. Sie widersetzte sich nicht, erwiderte den Kuss, doch Lunärin schmeckte darin immer noch etwas von Kälte und Schmerz. Bald werde ich sie all dem Leid entreißen, werde sie von der Bestie befreien und sie dem Zugriff der Gilde entziehen. Ich werde sie retten. Und dann wird sie nur noch mir gehören. Unter dem Land des Feuers Edu brachte das Pferd zum Stehen und San erwachte aus dem leichten Schlaf, in den er versunken war. Seit der Gnom wieder Herr der Lage war, waren sie ohne Unterlass geritten, und nun waren sie beide vollkommen erschöpft. Sich die Augen reibend sah sich der Junge mit erstaunter Miene um. Aus der Wüste, mit einigen verdorrten Sträuchern hier und dort, ragte mächtig, alles beherrschend, der Vulkan Tal auf. Steig ab, forderte Edu ihn auf. Ohne deine Hilfe komme ich von diesem Gaul nicht runter. San gehorchte, ohne lange Fragen zu stellen. Er schien dem Gnomen blind zu vertrauen. Diverse Flüche murmelnd landete Edu auf dem Boden, stand dann einige Augenblicke gebückt da und versuchte, zu Atem zu kommen. Als er sich besser fühlte, begann er sich prüfend umzuschauen. Was suchst du denn? fragte San. Ein Zeichen. Vor drei Jahren habe ich es hier hinterlassen und es müsste eigentlich noch da sein. Jetzt fuhr Edu mit den Händen über den Erdboden, bis er endlich gefunden hatte, was er suchte. Er lächelte. Hilf mir mal. Er deutete auf den Zipfel einer Plane, die in all dem Sand kaum zu sehen war. Die hatte er damals in der Zeit ihres Widerstands schon benutzt, denn sie war ideal, um die geheimen Zugänge zum unterirdischen Kanalsystem des Landes des Feuers zu tarnen. Unter der Plane war eine Leiter zum Vorschein gekommen, die ins Erdinnere führte. Der Junge betrachtete sie mit offenem Mund und der Gnom musste unwillkürlich lächeln. Alle hatten sie damals dieses Gesicht gemacht, alle, die er damals zu Zeiten des Krieges gegen Dohor zum ersten Mal dort hinuntergeführt hatte. Der erste Kontakt mit dem Alltag des Widerstands machte immer sprachlos. »Du wirst noch mehr staunen, komm«, sagte er, während er als erster hinabstieg. Das Wasser floss in einem Kanal, der einige Ellen breit und fast ebenso tief war, während die Wände, die das Tonnengewölbe des Ganges stützten, von schmalen Laufstegen gesäumt waren, auf denen man kaum nebeneinander gehen konnte. Geschwindenschritts liefen Ide und San auf einem solchen Steg am Wasser entlang, auf das das schwache Licht ihrer Fackel fiel. Hin und wieder gelangten sie zu Verzweigungen, von wo aus Kanäle in andere Richtungen führten, tief hinein ins Berginnere, hin zu irgendeiner großen Stadt oder zum Fluss Passel im Land der Felsen, der auch das Land des Feuers mit Wasser speiste. Die stickige, feuchte Wärme war kaum auszuhalten. Und doch fühlte Ido sich hier wie zu Hause. Sie waren noch nicht lange in den Kanälen unterwegs, als er plötzlich stehen blieb. Vor ihnen öffnete sich eine riesengroße Halle, die teilweise von dem Licht erhellt wurde, das durch eine breite offene Raute in der Gewölbedecke einfiel. Davon gab es eine ganze Reihe dort unten, die von außen alle durch Steinhaufen oder Büsche getarnt waren. Es handelte sich um eine alte Zisterne, in der zahlreiche Kanäle zusammenflossen. Und entlang der Wände waren kleine Höhlen und Nischen zu erkennen, in denen die Widerstandskämpfer gewohnt hatten. Nun, da dies alles verlassen war, kam Ido dieser Schauplatz historischer Schlachten fast wie eine Krypta vor, die der Gnom jedoch rasch mit den Erinnerungen an die alten Freunde und Kameraden sowie deren Frauen und Kinder, die dort gewohnt hatten, bevölkerte. Für ihn erhellten sich diese kleinen Nischen und riefen ihm all das ins Gedächtnis zurück, was einst diese kleine, lebendige, ja zuweilen chaotische Gemeinschaft ausgemacht hatte. Auch Soana hatte dort gelebt. Jetzt hatte er wieder ihr Bild vor Augen, ihr Gesicht mit den Schweißperlen auf der Stirn und dem stets sanften Lächeln, während sie die Kinder der Rebellen zum Unterricht brachte oder die Waffen der Krieger mit einem Zauber ausrüstete. Seit ihrem Tod hatte er auf der Welt nichts mehr gefunden, was an ihre Schönheit herangereicht hätte. Das ist ja fantastisch, Ido vorherum, sich um die eigene Achse drehend bestaunte San mit offenem Mund die Halle. Das sind doch die berühmten Kanäle, oder? Ido nickte. Ich habe viel darüber gelesen. Meine Großmutter war hier, als sie den siebten Stein des Talismans suchte. Das ist ein historischer Ort. Mein Vater hat auch oft davon erzählt. Er hätte sie sich selbst gerne einmal angesehen. Unglaublich, was für ein seltsames Gefühl, hier unten zu stehen. Ido lächelte traurig. Du musst wissen, dass hier bis vor drei Jahren noch viele Menschen, Nymphen und Gnomen lebten. Sie hatten sich zusammengetan, um gegen Dohor zu kämpfen. Doch der Kampf ging verloren, und von der ganzen Bewegung ist nur noch das übrig, was du hier siehst. Er seufzte. Komm, sagte er dann und führte Sand zu den Unterkünften. Sie waren recht karg eingerichtet, mit sehr wenigen Möbeln, keinerlei Öffnungen nach draußen, sondern nur Vertiefungen für die Fackeln in den Wänden sowie niedrigen Decken, sodass ein normal großer Mensch gerade aufrecht darin stehen konnte. Die Schlafstätten waren aus dem Fels geschlagen und mit Strohmatratzen ausgestattet. Für die persönliche Habe standen einige wenige Truhen zur Verfügung. Alles war noch so, wie es die Bewohner zurückgelassen hatten, wie an jenem Abend also, als die Niederlage der Rebellen besiegelt wurde. Ein Stuhl lag noch umgekippt auf dem Boden in einer Ecke, während sich auf einem Tischchen daneben aufgeschlagene Bücher stapelten. Ein Regal war voller verfaulter Lebensmittel, nur das Trockenobst und das Dörrfleisch hatten sich gehalten. Ido lächelte. Dort unten waren sie in Sicherheit. So, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. San blickte ihn fragend an. Der Gnom führte ihn in den Raum, der noch am besten instand war und legte sich auf das Bett. Ein himmlisches Gefühl. Die ganze Zeit während der Verfolgung und der Flucht war er keinen Moment zu Atem gekommen. Mit einem wohligen Brummen streckte er seine müden Glieder aus. Du musst meinen Verband wechseln. In der Truhe dort drüben müsstest du alles finden, was du brauchst. Hier wohnte nämlich der Heilpriester unserer Gruppe. Als die Wunde offen lag, betrachtete der Gnom sie mit prüfendem Blick. Es war ein recht tiefer Schnitt und er stieß einen Fluch aus. Ich fürchte jetzt, wirst du mich auch noch nähen müssen, vorausgesetzt, wir finden Nadel und Faden. San wurde blass, senkte den Kopf und blickte Ido aus den Augenwinkeln an. Ist das wirklich nötig? Ja, San, wie soll man sonst eine offene Wunde schließen? Aber es ist ohnehin nicht so fürchterlich, wie du glaubst. Ich bin sicher, du schaffst das leicht. Vielleicht gibt es doch einen anderen Weg. Und der wäre, fragte der Gnom überrascht. San schwieg, die Wangen gerötet, den Blick nach unten gesenkt. Meinem Vater wäre es nicht recht, murmelte er dann. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr, schnaubte Ido und kratzte sich am Kopf. Drück dich deutlicher aus, ist dir was eingefallen? San nickte, doch dieser Geste folgte keinerlei Erklärung. Dann tu eben, was du für richtig hältst. Der Junge atmete einmal tief durch, wusch sich die Hände im Wasser und legte sie dann sanft auf die Wunde des Gnomen. Unwillkürlich zog Ido die Hüfte zurück, doch kurz darauf schon überkam ihn ein unerwartetes Wohlgefühl. Er war sprachlos. San hatte die Augen geschlossen und seine Hand strahlte leicht. Du bist ein Magier. Bei diesen Worten riss San die Augen auf und löste sich von ihm. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Ich bin kein Magier. Der Junge wirkte erschrocken. Aber San, du besitzt die Fähigkeit, mit den Händen zu heilen. Wer kann so etwas schon, außer Magiern? Eben deswegen war mein Vater dagegen. Die Leute würden dann reden, meinte er. Ido versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Tarik hatte sich mit Senna, dem Magier, zerstritten. Vielleicht rührte daher seine ablehnende Haltung den Fähigkeiten seines Sohnes gegenüber. Schon gut, wie du willst, aber jetzt brauche ich die Behandlung. Ich bitte dich, San. Er lächelte ihn an. Es dauerte etwas, bis der Junge reagierte, aber dann machte er sich wieder ans Werk. Ido war häufig von Magiern behandelt worden und hatte gelernt, deren Kräfte anhand des Heilungsverlaufs seiner Wunden zu beurteilen. Ein vielleicht etwas grobes Verfahren, aber für ihn war es brauchbar gewesen. Jedenfalls war San danach ein recht mächtiger Zauberer. Da er wahrscheinlich keinerlei Ausbildung genossen hatte, musste er eine Art Naturtalent sein. Ido beobachtete ihn bei der Arbeit. Sein konzentriertes Gesicht, in dem sich durch die Anspannung bereits die Erwachsenen Züge abzeichneten, die es einmal annehmen sollte. Ein Bild, das den Gnomen rührte. Du bist Ido, nicht wahr? murmelte San ganz unvermittelt. Überrascht von der Frage brauchte Ido einen Moment, bevor er nickte. Die Augen des Jungen strahlten. Ich hab's doch gewusst, und woran hast du das erkannt? Durch alles, wie du gekämpft hast gegen diesen schwarzen Mann, weil du mich herhergebracht hast. San hielt einen Moment inne, bevor er fortfuhr. Ich bin Nihals Enkel, erklärte er dann mit stolzgeschwellter Brust. Ich weiß, woher sollte ich sonst deinen Namen kennen? San sank ein wenig in sich zusammen. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, antwortete er, während er sich wieder über die Wunde beugte. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen. Anscheinend strengte ihn die Behandlung an, aber er machte unverdrossen weiter. Es entstand ein kurzes Schweigen, und Ido fiel auf, dass sich Sans Mine verfinstert hatte. Mein Vater, fuhr der Junge nun mit leicht zitternder Stimme fort, wollte auf keinen Fall, dass ich diese besonderen Kräfte nutze. Sans Schultern waren eingesunken. Sein Blick wirkte leer. Ido spürte, wie schwer es ihm fiel, jetzt über diese Dinge zu reden, nachdem er seinen Vater verloren hatte. Ich glaube, es reicht, sagte er. Steh nur auf, du wirst erschöpft sein. San gehorchte, löste sich von dem Gnomen und blickte mit tränen verschleierten Augen auf seine Hände. Es war offensichtlich, dass er sich schuldig fühlte an dem, was geschehen war. Ido dachte nicht lange nach und drückte ihn an sich. Dabei störte er sich nicht daran, dass die Wunde pochte und die gebrochene Rippe schmerzte. Dieser Junge musste seine Gefühle herauslassen. Er konnte unmöglich alles mit sich selbst ausmachen. Einen Moment zögerte San, dann aber gab er sich der Umarmung hin und legte seinen Kopf auf Idos Schultern. Der Gnom spürte, wie dem Jungen die Tränen zu laufen begannen, bis er bald schon haltlos weinte. Wortlos streichelte er San über das bläuliche Haar, teilte dessen Schmerz, ließ ihn weinen an seiner Brust, die sich ruhig hob und senkte. Die Herren der unerforschten Lande Nach vier Tagen erkannten sie einen hellen Punkt am Ende des Tunnels. Sie hatten es geschafft, dies musste der Ausgang sein. Dubys Herz machte einen Sprung. Diese Finsternis ringsum war nicht mehr zu ertragen, sie sehnte sich nach Licht, fürchtete es aber auch gleichzeitig. Sie rannten fast schon auf das Licht zu, als Duby plötzlich stehen blieb. Was ist los? Da ist irgendwas. Sie spürte es unter ihren Füßen, in der Luft um sie herum. Hör mal, sagte sie und hob den Zeigefinger. Lonerin neigte ein wenig den Kopf, lauschte angestrengt, aber ohne Erfolg. Duby schloss die Augen. Es ist noch fern, wie ein dumpfes Gräulen. Nein, ein Brüllen. Eins, zwei, viele. Da draußen ist etwas, Lonerin, erklärte sie, während sie die Augen wieder öffnete. Schon möglich, aber das ändert nichts daran, dass wir dort hinaus müssen. Ich sage ja nicht, dass wir hier bleiben sollen. Wir sollten nur auf der Hut sein. In Ordnung, pflichtete er ihr bei und wandte sich dann ab, um weiterzugehen. Duby hielt ihn am Arm fest. Lass mich vorgehen. Er blickte sie erstaunt an. Kommt nicht in Frage, ich führe uns. Deine Zaubernadel brauchen wir doch jetzt nicht mehr, um den Weg zu finden. Schon, aber das ändert ja nichts an unserer Abmachung. Du führst, ich kämpfe. Lonerin verzog ein wenig das Gesicht, gab dann aber mit einer Handbewegung nach. Sie nahm den Bogen von der Schulter, griff zu einem Pfeil und überholte ihn. Dann decke ich dir eben den Rücken, flüsterte er ihr ins Ohr, während sie sich an ihm vorbeischob. Duby lächelte, nahm den Bogen fester in die Hand und marschierte los. Obwohl ihre Augen geblendet waren, wurde Dubys Vorstellung von der Umgebung draußen immer klarer. Das Gefühl, dass sie dort irgendetwas erwartete, war stärker geworden, die rhythmischen Erschütterungen unter ihren Füßen noch deutlicher. Ja, es waren Schritte. Schritte von gigantischen Tieren. Sie legte den Pfeil an. Da zerriss plötzlich ein entsetzliches Brüllen die Stille. Duby und Lonerin erstarrten. Unwillkürlich hatte sie schon den Bogen angehoben und hielt ihn nun ausgestreckt vor sich. Nimm meinen Dolch, dann fühle ich mich sicherer, forderte sie Lonerin auf und der ließ es sich nicht zweimal sagen. Das scharfe Geräusch beim Ziehen der Klinge durchbrach die vollkommene Stille, die dem ohrenbetäubenden Brüllen gefolgt war. Vorsichtig ging Duby voran. Am Tunnelende blieb sie stehen und presste sich mit dem Rücken gegen den kalten Fels, der plötzlich erneut von stampfenden Schritten erbebte. Sie holte Tiefluft und sprang vor. Wärme und grelles Sonnenlicht umfingen sie, betäubten sie fast, während ihr eine Myriade berauschender Düfte in die Nase stieg. Mit noch halbgeschlossenen Augen, die sich kaum an das Sonnenlicht gewöhnen mochten, warf sie sich auf den Boden. Nichts. Sie befanden sich über einer steilen Felswand, die weiter unten in ein tiefes Tal auslief, das, soweit das Auge reichte, mit Bäumen bestanden war. Unter sich sah sie nichts als grün, verflochtene Baumkronen und Äste mit breiten, fleischigen Blättern. Dann ging alles ganz schnell. Wie von einem starken Erdbeben erschüttert, schwankte plötzlich der Boden unter ihr, während ihr ein warmer Atem ins Gesicht strömte. Es stand unmittelbar vor ihrer Nase. Riesengroß, schnaubend. Ihr blieb das Herz stehen. Lonerin war neben ihr, während sich das Tier jetzt umwandte. Es hatte einen riesigen Drachenkopf mit einem hohen knöchernden Kamm und einem länglichen Maul. Die glänzenden Schuppen waren von einem dunklen Braun, das zur Wurzel hin in ein tiefes Schwarz überging. Der Kamm hingegen war weiß mit rötlichen Äderungen. Mit einem ohrenbetäubenden Schnauben, als würde ein enormer Blasebalg zusammengepresst, reckte es den Kopf zu Lonerin vor. Seltsamerweise war es weniger die Angst, die Dubé lähmte, als vielmehr der Blick des Drachens, seine feuerroten, lodernden Augen. Sie wirkten wie ein tiefer Schlund, in dem man sich leicht verlieren konnte. Ein Abgrund der Jahrtausende, aus dem heraus das Tier die Welt mit extremer Distanz betrachtete. Auch der Drache schien erschrocken, war verstummt. Doch Dubé wusste sehr genau, dass die wenigen Zoll, die sie von dem Tier trennten, den Abstand zwischen Leben und Tod darstellen konnten. Die mächtigen Reißzähne in diesem Maul vor ihr waren imstande, alles zu zerfleischen, was sich ihnen in den Weg stellte. Fast neugierig starrte das Tier sie jetzt an. Sein Atem war kaum wahrnehmbar, die Luft bewegte sich nicht. Als Lonerin Dubé antippte, fuhr sie herum und sah, dass er sich auf Knien auf den Drachen zubewegte. In seinen Gesichtszügen lag jene unerschütterliche Entschlossenheit, die sie so sehr an ihm bewunderte. Und in diesem Moment wurde ihr klar, dass sie sich ihm dieses Gesichtsausdrucks wegen in der Höhle hingegeben hatte. Weil er ein Mann war, der keine Angst hatte, Entscheidungen zu treffen. Als sei es ein Traum sah sie zu, wie er jetzt eine Hand nach dem Drachen ausstreckte und dieser ein wenig das Maul zurückzog. Die Hand weiter vorgestreckt hielt Lonerin in der Bewegung inne. Seine Miene wirkte gelassen, offenbar hatte er keine Angst und so gab er sich auch. Der Drache schien fast belustigt und in seinem Blick flackerte so etwas wie Verständnis auf. Er schob die Hand des Magiers mit dem Maul zur Seite, aber die Geste wirkte nicht feindselig, sondern fast gespielt entrüstet. Da zog Lonerin die Hand zurück und verneigte sich so tief, dass sein Kopf fast den Fels berührte. Dubé spürte, dass sie es ihm nachtun musste. Auch wenn sie die Geste nicht genau verstand, war ihr bewusst, dass dies jetzt einfach verlangt war, auch ohne eine logische Erklärung. Sie tat es, fühlte sich verwundbar, schutzlos dabei. Hätte der Drache jetzt angegriffen, hätte sie es noch nicht einmal gesehen. Sie spürte seinen Atem und sah aus den Augenwinkeln, wie er sich gemächlich Lonerin näherte, dann dessen Kopf mit dem Maul berührte. Das Gleiche tat er dann bei ihr, mit derselben Ruhe und ebenso behutsam. Dubé war bewegt. Sie hob den Kopf und sah für einen kurzen Moment noch das riesengroße Maul und diese roten Augen, die sie ernst anblickten. Dann war der Drache verschwunden. Lonerin neben ihr stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Dubé betrachtete ihn neugierig, aber so, wie sie auch einen Fremden hätte ansehen können. Seine Kaltblütigkeit hatte sie verblüfft. Nach dieser Begegnung setzten sie ihren Weg auf dem schmalen Pfad am Fels entlang fort. Unbeschreiblich war die Schönheit dieses Tales. Ein Paradies, wild und fremdartig, mit den mächtigen Drachen, die überall umherstreiften. Die beiden mussten sich zunächst daran gewöhnen, sich im Blickweite dieser Tiere zu bewegen. Die Erschütterungen, die diese auslösten, machten es schwierig, das Gleichgewicht zu halten und auf dem schmalen Pfad nicht abzustürzen. Immerhin zeigten die Tiere nach der ersten Kontaktaufnahme keinerlei Interesse mehr an den fremden Menschlein, die ihr Territorium durchquerten, wobei sich Dubé dennoch die ganze Zeit über wie ein misstrauisch beäugter Eindringling vorkam. Wie sie feststellten, verliefen nun oberhalb und unterhalb ihres Weges zwei weitere Pfade. Sie erschienen und verschwanden immer wieder, indem sie sich mal mit ihrem Weg verbanden, andere Male zur Felskante hinaufführten oder ins Grün des Waldes unter ihnen eintauchten. Die hat bestimmt jemand angelegt, bemerkte Dubé und wies mit einer Kopfbewegung auf die Pfade. Sieht ganz so aus, stimmte Lonerin ihr mit einem Nicken zu. Hat Senna etwas darüber geschrieben? Offen gesagt hat er noch nicht einmal diese Senke erwähnt. Von hier an sind die Hinweise noch unklarer. Aber egal, ich bin mir immer noch sicher, dass die Richtung stimmt. Auch Dubé zweifelte nicht daran. Seit sie gesehen hatte, wie er den Drachen besänftigt hatte, vertraute sie Lonerin noch mehr. Da ertönte plötzlich ein lautes Brüllen, der Boden unter ihnen bebte und Lonerin musste sich an der Felswand festhalten. Dann lehnte er sich vor, um zu sehen, was unter ihnen los war. Bald brüllte es von allen Seiten, die Drachen waren erregt und dann löste einer von ihnen der noch größer und mächtiger als die anderen war, ein wahres Erdbeben aus. Dubé hörte seine Schritte in nächster Nähe, schnelle, schwere Schritte, die den Fels dermaßen heftig erschütterten, dass eine ganze Flanke dicht bei ihnen wegbrach und zu Tal stürzte. Wie in einem Albtraum musste Dubé mit ansehen, wie ihr Gefährte hinter einem Steinhagel verschwand. Lonerin schrie sie aus Leibeskräften. Sie sah noch, wie er sich umdrehte, die Hand zu ihr ausstreckte und den Mund weit aufriss, um ihren Namen zu rufen. Dann nichts mehr. Ein Berg aus Geröll und Staub hatte sie getrennt. Gerade als sie hinzueilen wollte, ließ eine Stimme sie erstarren. Ich würde mich nicht um ihn kümmern. Diese Stimme kannte sie. Verflucht. Ihre Hand fuhr zum Dolch, da fiel ihr ein, dass sie ihn am Höhleneingang Lonerin gegeben hatte. Ich habe meinen Dolch nicht.